Noch bis zum 24. März zeigt die Galerie im Domhof Werke des Werdauer Künstlers und Kunstpädagogen Jürgen Czajny. Seine Ansichten im Wandel der Zeit sind im Obergeschoss zu bestaunen. Ebenso bis zum 24. März sind in der Kabinettausstellung »Paterre rechts« Fundstücke von Ralf Schneider zu sehen. Der Gäringswalder Grafiker zeigt in den ausgestellten Werken seine besondere Leidenschaft für die Kunst der Linie. Dabei trumpft er aber auch mit besonderem Charme reduzierter der grafikeigenen Ausdrucksmittel. Besonders die Radierung mit ihren verschiedenen Techniken, die er für die Umsetzung seiner filigranen, detailreichen Arbeiten verwendet, sind bester Beweis dafür. Als Motive dienen dem 1963 in Mitweidergeborenen die sich in der Natur in unermesslicher Fülle vorhandenen Formen, Oberflächen und Strukturen. Scheinbar Belangloses wird so für den aufmerksamen Betrachter zu einem fantastischen visuellen Erlebnis.